Willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir mal ein 1 gegen 1 gegen Rizzi machen. Das ist ein Moderator von mir und wir werden ein Best of Free machen. Wir haben das Video gerade schon aufgenommen, aber es hat Rundtunen aufgenommen. Ja, das war die komplette Zerstörung. In der Tat. Okay, wir machen aber jetzt auf richtig safe, okay? Also, er ist eine Brotstil. Ja. Ah, ich hab gesehen, wie ich das spielt. Übermorgen wird es wahrscheinlich dann die nächste Challenge kommen. Ja! Bist du tot? Ja, oh lele, ein Schutzehltag. Jetzt hab ich das dann drauf verraten. Wen hast du? Äh, wen wohl? Warte, wir haben die Begrüßung vergessen. Äh, nein. Wir haben das jetzt schon zweimal aufgenommen, das Video. Immer hat es nicht funktioniert. Aber, wir haben diesmal auch Brawlkiller dabei. Der versucht hier auch, mit die Bots zu killen. Weil, traurig aber wahr, wir sind oft daran gescheitert, an den Bots. Ja, langsam haben wir kein Bock mehr. Ist echt so, wir nehmen, wir füllen schon seit drei Stunden dieses Video auf. Aber, wir haben die Begrüßung. Ja, wir haben die Begrüßung. Wie viele Powercups hast du? Drei. Hier ist Brawlkiller zwei. Nice. Okay, jetzt hab ich fünf. Warte, da oben liegt noch einer. Da links, da links unten ist noch, äh, ein. Mein Gott. Warte, ich komm, ich komm, ich komm. Okay. Drei. Ich geh nach rum und du wirst da rum. Ich geh nach rum und du wirst da rum. Ja. Drei, zwei, eins, los! Ich muss jetzt richtig dort hinzuholen. Jawoll, Ulti ist gebetet. Du hast halt den Vorurteil, ich muss warten, bis die Zone sich bekleidet. Ja, weiß ich nicht. Hä, das war nicht ganz so krass. Ja, nice. 1-0. 3, 2, 1, los. Ja, 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 das sagen sie alle. Nein, ich hatte wirklich scheiß Internet. Nein! Nein! Du hast so verschwissen? Ja. Du hast es gleich übel, ich schwöre, ich werde nicht. Nein! Warte, ich bin nur noch ein Pokémon zu hören. Huch? Jetzt musst du warten, bis die Zone sich verkleinert. Oh Gott! 2 Hitze und Pistole. 2 Hitze und Pistole. 2 Hitze und Pistole. Egal. Oh nein. Oh Gott. Hör zu. Hör zu. Ich war schlecht hingeschossen. Nein. Und rein ist! Spannend! Uff! Nein! Nein! Halt's Maul! Ich hab so verkackt! BAH! Ehre genommen! Ehre genommen! Ehre genommen! Ehre genommen! Der letzte Schuss! Was? Brawlkiller denkt sich auch nur so. So alter! Danke an Brawlkiller 2 und morgen oder übermorgen muss ich gucken, kommt eine Challenge. Da werde ich mein iPhone umstellen auf Farben. Also auf so Cringefarben. Und dann versuche ich mich zu gewinnen mit dem Modus. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein! Bis zum nächsten Video! Ciao! Bis zum nächsten Mal! 1977 ein w in Sch hit wo み